Jetzt will ich die Fragen hören. Es läuft doch schon, es läuft doch schon. Also wir haben uns getroffen in eine Stadt, wo kein Mensch sich irgendwas interessiert für. Aber wir haben uns trotzdem getroffen und drängen uns heute richtig einen rein. Wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil wir gegen dieses Anti-Layla-Ding gehen. Ja, genau. Weil wir ganz andere Probleme haben als ein Lied in Deutschland. Ja. Und deshalb sind wir heute hier um 15.22 Uhr mit Alkohol, um zu sagen, dass es ganz andere Probleme gibt, die man wegtrinken kann und die man wegtrinken sollte. Und die Frage ist, warum hast du... Vielen Dank.